Hallo, mein Name ist Bodo Wünsch, ich bin der Pressesprecher hier im Zirkus Konstanzebosch. Wir stehen zur Zeit hinter unseren sibirischen Tigern. Wir haben fünf Tiger, vier Mädchen, ein Junge. Die Tiger sind unsere Hauptattraktion, aber natürlich haben wir noch mehr Tiere. Wir haben ungefähr 30 Tiere in unserem Zirkus, Balaminos, Pferde, dann haben wir eine Exotenshow, dazu gehören Kamele, dann haben wir Zebras und drei verschiedene Rinderarten von ungarischem Steppenrind, Jack. Das Schabito ist ein Viermaster, 18 Meter hoch, ungefähr 800 Leute passen in unseren Schabito rein. Ja, Futter brauchen wir recht viel für die ganzen Tiere. Das bedeutet jeden Tag mindestens zwei Heubeilen und Stroh, zwei Heubeilen und natürlich auch für unsere Tiger Fleisch. Und wie das alles so aussieht in einem Zirkus, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Hier im Zirkus Konstanzebosch, guten Abend. Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.